Flammkuchenbrezeln, das ultimative Fingerfood. Hi, hier ist wieder Desi aus der Mainz-Haubertopf-Küche und heute habe ich dir wieder ein richtig köstliches Rezept mitgebracht. Das ist wirklich ideal für Familienabende und für Partys geeignet, denn wir zaubern Flammkuchenbrezeln. Das ist wirklich eine richtig tolle Mischung zwischen Brezeln, also zwischen Laugenbrezeln und Flammkuchen. Und ich sage dir, du wirst das Rezept lieben. Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten und das sind folgende Schmand, Schinkenspeck, Eier, Salz und Pfeffer, Frühlingszwiebeln und Käse und TK-Laugenbrezeln. Das heißt, du hörst ja schon, es ist ein sensationell schnelles Rezept, denn wir müssen im Thermomix wirklich nur so vielleicht 20 Sekunden insgesamt was mixen. Und dann geht das Ganze in den Ofen. Den habe ich schon mal vorgeheizt und zwar auf Ober- und Unterhitze 200 Grad. Du kannst das ganze Rezept natürlich wieder nachlesen bei uns im Zaubertopf-Club. Da bist du Schritt für Schritt durch das Rezept geführt mit integriertem Kochmodus, also ganz praktisch. Wir geben als erstes den Käse in den Mixtopf. Hier ist es wichtig, dass der Käse wirklich kalt ist, damit das gut zerkleinert wird von dem Messer. Ja, also wir haben M-Taler. Du kannst natürlich aber auch dein Lieblingskäse wie Bergkäse oder Gouda verwenden. Und das Ganze wird jetzt einmal 5 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinert. Der Käse kann auch gleich drin bleiben im Mixtopf. Dann kommen nämlich nur die restlichen Zutaten dazu. Und das sind einmal 2 Eier. Ich schlage die ja mal extra in der Schüssel auf, falls das mal schlecht sein sollte, dass ich nicht das alles wieder aus dem Thermomix rauskratzen muss, beziehungsweise den ganzen Inhalt dann entsorgen muss. Wir haben hier wieder Größe M von den Eiern, falls du die Angabe brauchst. Also 2 Eier noch dazu. Frühlingszwiebeln. Ich behalte noch so ein paar über für später für die Deko. Musst du zu Hause aber nicht machen. Dann brauchen wir Schinkenspeck. Und natürlich Schmand. Das ist so herrlich. Ich liebe ja so kurze Rezepte. Und solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, mach das am besten direkt jetzt. Und wenn du dann auch noch auf die Glocke drückst, verpasst du keine weitere Folge mehr von uns. Das Ganze würze ich noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Beim Salz kannst du ein bisschen sparsamer sein, denn wir haben ja nun schon den Schinkenspeck da drin und der ist ja schon recht salzig. Vegetarier können natürlich den Speck einfach weglassen oder durch irgendwas anderes ersetzen. Du könntest zum Beispiel auch noch Mais oder solche Sachen unterrühren. So, ein bisschen Salz gebe ich noch dazu. Und wir müssen das jetzt mixen und zwar zwölf Sekunden. Wie gesagt, vergiss den Linkslauf nicht. Also achte wirklich darauf, dass dieser grüne Pfeil aufleuchtet, denn wir wollen ja noch ganze Schinkenstücke da drin haben. Und auf Stufe drei. Und so schnell ist unsere Füllung auch fertig. Ich zeige sie dir jetzt einmal. Ich fülle die tatsächlich auch gleich um, damit ich nicht mit dem Esslöffel in den Mixtopf muss, weil das gibt immer Kratzer. Wenn dich das zu Hause nicht stört, kannst du das natürlich direkt auf die Brezeln löffeln. Aber nach zwölf Sekunden ist tatsächlich alles richtig gut vermengt. Und ich fülle das Ganze jetzt hier einmal um. Ich finde, dann ist die Dosierung auch ein bisschen einfacher. Die Füllung reicht übrigens für zehn Brezeln. Leider passen ja nicht so viele auf ein Backblech. Das heißt, du musst die nacheinander wegbacken. Also sechs habe ich hier schon mal raufbekommen. Gut, das sieht gut aus. Wie gesagt, wir machen das mit TK-Brezeln. Wenn du ganz, ganz viel Zeit hast zu Hause, könntest du natürlich auch frische Laugenbrezeln backen. Also den Teig vorbereiten und aufs Backblech geben. Ist aber überhaupt nicht nötig, denn ich finde, Fingerfood oder Partyfood darf auch einfach richtig schnell gehen, weil meistens hast du ja noch tausend andere Sachen zum Organisieren. Also, das geben wir jetzt hier einfach unsere Schmandfüllung. So zwischen diese Löcher hier von der Brezel und ich sage es dir, du wirst das lieben. Das kam auch bei uns in der ganzen Familie richtig gut an, weil wir mögen alle Laugenbrezeln und wir mögen aber auch alle richtig gerne Flammkuchen. Schreib doch mal in die Kommentare, was dein liebstes Fingerfood ist. Würde mich mal interessieren. Vielleicht kriege ich ja auch noch ein paar neue Ideen. Achte auch ein bisschen, dass da nicht so viele Löcher sind. Der Käse hält das nachher auch alles richtig gut zusammen. Du könntest sie sogar noch am nächsten Tag essen, wenn du die Luft dicht verpackst. Ich persönlich finde sie aber frisch am leckersten. Die restliche Füllung brauche ich für die letzten vier Brezeln. Und die gehen jetzt schon mal in den Backofen, der ist schon vorgeheizt und zwar auf Ober- und Unterhitze 200 Grad. Und die müssen jetzt ungefähr so 18 bis 20 Minuten backen. Und dann siehst du gleich, wie mega lecker die aussehen. Unsere Flammkuchenbrezeln sind fertig und guck mal, wie toll die aussehen. Ich bin selber total begeistert. Ich glaube, zum Probieren sind die noch ein bisschen zu heiß. Das hole ich natürlich gleich nach. Ich lasse es ein Momentchen abkühlen. Solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, mach das am besten direkt jetzt. Und wie gesagt, das komplette Rezept zum Nachlesen und viele weitere tausend Rezepte für dein Thermomix findest du bei uns im Zaubertopf-Club. Solltest du noch kein Mitglied sein, sage ich dir, das lohnt sich wirklich. Denn du findest dort nicht nur ganz, ganz viele Rezepte für den Thermomix, sondern auch ganz viele Tipps und Tricks. Und vor allem gehen meine Kolleginnen und ich auch regelmäßig live zu bestimmten Themen. Und das ist immer nur ganz exklusiv für unsere Club-Mitglieder. Und wenn du noch kein Mitglied bist, kannst du es auf jeden Fall auch nochmal 30 Tage lang testen. Och, ich sag mal, ich bin so neugierig, wie das schmeckt. Das riecht fantastisch. Es riecht wirklich richtig nach Flammkuchen. Und davon bin ich ja ein Riesen-Fan. Ich kann es kaum erwarten, die zu probieren. Aber wenn ich das jetzt tun würde, würde ich mir wahrscheinlich die Finger und den Mund verbrennen. Ich mach mir hier noch ein paar frische Frühlingszwiebeln drauf. Ich finde, es sieht immer einfach noch schöner aus. Und jetzt geht's ans Probieren. Es ist zwar immer noch ein bisschen heiß, aber für dich mache ich das ja gerne hier, ne? Oh mein Gott. Die sind sowas von lecker. Also, die musst du unbedingt nachmachen. Schreib in die Kommentare, wie es dir geschmeckt hat. Ich bin gespannt. Ich bin total begeistert. Und die nächste Party kann steigen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! 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 Tschüss!